Der alte Bundesrat des Vorgels steht immer nur auf einer Zelle in die Poste. Er kommt da zu einem Bubli hin. Sagt der Bubli. Sagt er zum Bubli. Du Bubli, kannst du mir sagen, wo der Käse sauter ist? Sagt der Bubli. Ja, du musst jetzt hier vorne laufen. Nach einer Top-Gasse links. Dann bei der Kölke rechts rein. Sagt der Bundesrat des Vorgels. Sagt der Bubli, siehst du allen Leute an? Weisst du, ich bin der Bundesrat des Vorgels. Sagt er, selbst spielt keinen Rügel. Kannst du noch nicht sagen, wenn du bist, dann kannst du schon Käse rüber.